Leute, heute sind wir in einer ferschen neuen Folge Minecraft und zwar XP ist gleich TNT. Wir haben hier eine übertrieben krasse Map, können hier übertrieben krasse Weapons sammeln, können wir durch verschiedene Portale und das alles mit XP, Leute. Wir müssen, glaube ich, da hinten zu diesen sehr auffälligen roten, nee, gelben Ausrufezeichen, hier geht nämlich unsere Reise los. Das ist also das erste Level, Creeping Corruption, hier gibt es auch richtig krasse Kastenpläste, oh mein Gott. Okay, da sind wir, ey, du hast ein Holzschwert, ich habe auch ein Holzschwert, ich glaube, wir müssen diesen Olaf hier an, nee, Ser Reginald, wie sieht der dann aus? Ich schlag ihm in die Fass. Gefährliche Spinnen, Ben, gefährliche Spinnen, das Dorf wird angriffen von Spinnen. Da müssen wir unsere ersten Level sammeln, da ist doch was rausgekommen, Ben. Ah, Elina, guck mal, unser Level wird immer niedriger. Oh mein Gott. Und wenn das Level auf Null ist, dann haben wir gewonnen. Ach so, okay, okay, okay. Wir haben hier, haben wir noch, äh... Nee, das ist eine Zeit. XP Bottles. Okay, 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 warte, 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 wir können hier XP nehmen. Bam, 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 das macht uns, glaube ich, noch stärker. Ja, genau, es gibt mir nämlich so eine Art Regeneration oder sowas. Hier haben wir einen Quest-Pfeil, der... Ah, Elina, ich habe es jetzt, ich habe es jetzt anders verstanden. Das darf nicht, unser Level darf nicht auf Null fallen, dann sind wir tot. Okay, okay, easy, easy, easy. Komm, wir müssen den Pfeil hier folgen, wir müssen den Pfeil hier folgen, das ist der Quest-Pfeil. Das sieht mir sehr nach Boss-Fight aus, okay. Wir haben doch gar keine Ausrüstung, nix, also außer Neutschwert. Äh, wir haben unsere XP und die sind OP. Wir haben nicht mal TNT. Okay, hier sind noch mehr Spinnen, sieben Spinnen, äh, sechs Spinnen. Hier sind, hier müssen irgendwo noch Spinnen sein, da drüben sind noch Spinnen, ich höre sie. Noch sechs Spinnen müssen wir killen, Ben. Bam, 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 bam. Aber ich werde geboxt, ich werde geboxt, Alter. Zack, zack. Drei, zwei. Zack, okay, ich nehme mal kurz die XP, weil ich bin schon ziemlich low. Alter, Gemelo ist doch los, sprinten, hörst du das? Was, ist Gemelo? Äh, Muggi, mach ich, sorry. Eine noch. Wo ist die letzte Spinne? Guck mal. Bitsi, bitsi. Guck mal, bei dir ist sie da. Ja, ich höre sie, ich sehe sie. Bam, bam, bam. Die haben wir. Zack. Oh, alter fette XP-Kisten-Belohnung. Und jetzt haben wir eine XP-Kiste bekommen. Oh, okay, da kriegen wir noch mehr XP raus. Bam, bam. Wow, 111 Level, noch eine Kiste. Wir kriegen richtig viele Kisten. Oh, ich habe, glaube ich, eine Large XP-Bottle, habe ich. Bam, okay. Waren das alle Kisten? Ah, jetzt sollen wir wieder zurück zu Sir Reginald. Und wir kriegen einen Reward. Den nehmen wir doch direkt mal. Hast du den Reward bekommen? Und wo? Nee, ich glaube nicht. Ah, okay. Warte, du hast ja den Helm. Komm mal mit, Benson. Ja. Wir müssen den Helm nämlich jetzt in der Welt davor upgraden. Hier, 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 hier. Hier ist, da hinter mir. Ah, hier. Okay. XP-Helm, Kosten 30 Level. Ja, haben wir doch easy. Oh, der sieht brutal jetzt aus. Oh, das sah cool aus. Ja. Hast du noch einen zweiten gemacht? Lina, ich bin gleich tot, glaube ich. Nein, das kostet jetzt 60 Level. Du kannst es auf Level 3 und so, kannst du das machen. Du wirst auf keinen Fall noch mal drücken, weil du hast es jetzt schon auf Level 2 gemacht. Nein, du machst es jetzt. Du hattest nicht, Ben, damit. Oh mein Gott. Ich habe keine 60 Level. Bon, Level, Lina, let's go. Let's go. Okay, wir können jetzt noch einen Reward uns holen. Und da habe ich jetzt einen XP-Trinket bekommen. Ja, ich auch. Das können wir jetzt benutzen. Ah, das gibt Effekte. Ah, ja, okay. Okay, das können wir rechts klicken und dann gibt es Effekte. Sehr cool. Okay, Ben, jetzt sind wir ready. Jetzt sind wir auch besser ausgerüstet als beim ersten Mal. Jetzt können wir den Corrupted Creeper auch besiegen. Wir haben auch ein besseres Schwert bekommen, ne? Yeah. Wie viel Level hast du? 130. Okay. Okay, wir müssen immer nur diesen super aufgeliehen. Ein Level sind halt nur 10 Sekunden, ne? Ja. Wenn wir diesen 300 Sekunden haben wir, dann explodieren wir. Wir müssen uns hier schon beeilen, Leute. Corrupted Creeper. Ach du meinst. Oh mein Gott, Alter. Oh, ich hoffe, der explodiert jetzt nicht so krass. Ich nehme den Trinket erst mal. Das macht mich stärker. Ich bin ausgesperrt, Lina. Ich sehe es, Ben. Probier von der Seite. Zack. Ich habe den... Oh, er macht Geräusche. Oh. Okay, er spawnt auf jeden Fall gechargte Creeper. Oh. Können die explodieren und machen den Schaden? Ja, die machen den Ultraschaden. Okay, es läuft. Mega gut, mega gut. Okay, nur noch ein Viertel. Oh, ich kriege hier auch nochmal XP. Zusätzlich. Und so einen Helm. Oh, das hat mir wieder auf 130 geboostet. Und ja, Moltski. Ich war eine große Hilfe. Ja, Ben. Ich habe gesehen, wie du außen rumstandest. Einfach nichts machen konntest. Wir müssen die XP hier außen auf jeden Fall noch einsammeln. Okay, ich habe jetzt 172 Level. 150. Wir müssen durch das Portal jetzt zurück. Yeah. Erste Welt geschafft. Next Level Warp. Okay, wir sind jetzt in einem anderen Dorf. Und wir müssen, glaube ich, jetzt den Weg zurückfinden. Weil wir sind durch ein anderes Portal hier auf jeden Fall gekommen. Hier ist wieder... Nee, hier ist der Wanderer. Okay, wir müssen das versunkene Schiff finden. Das ist nicht sehr schwer zu finden. Okay, das haben wir direkt gefunden. Oh, hier sind Monster. Da ist eine Kiste. Oh, ich hätte... Ich glaube, ich habe die Kiste kaputt gemacht. Aber egal, ich habe sie, glaube ich, trotzdem bekommen. Bam. Level 200. Ja, hier ist noch so ein Zombie. Vielleicht gibt der auch nochmal XP. Na, schade. Oh, warte. Wir müssen sechs XP-Chests öffnen. Nee, das versunkene Schiffs. Schiffs. Okay, da oben ist noch eine beim Schiff direkt. So, zack. Hier rum. Okay, das hat auch nochmal was extra gegeben. 218. Ich bin mir nicht sicher, wenn man da taucht, ob man da eine findet. Oha, ich habe hier mega viele liegen lassen. So nicht. Ich habe noch drei weitere. Ich habe noch eine Bordel weggeschmissen. Drei weitere. Oh, mein Gott. Drei weitere Kisten? Ja. Oha, wir brauchen nur noch eine. Ich habe jetzt allein vier geöffnet schon. Okay, okay. Wo ist sie? Wo ist sie? Gib mir die Kiste. Ja, ich habe alle geöffnet. Ach so. Ich dachte, du hast drei weitere gefunden gerade. Ja, bevor ich sie geöffnet habe. Level 222. Lina, hast du keine einzige geöffnet? Ich habe zwei geöffnet am Anfang und auf dem Schiff. Wie, also vier? Nein, zwei. Ach so, wie viele müssen wir öffnen? Fünf. Eine weitere. Da steht es ja. Ich habe die letzte. Oha, warte, warte. Ich will sie aufmachen. Ich will sie aufmachen. Sie ist auch mit dem fetten Ausrufezeichen markiert. Ach so, okay. Ah ja, da ist sie. Tada. Oh nein, das würde ich mir zuwerfen. Okay, und jetzt müssen wir zurück zum Wanderer. Boah, guck mal, wie in der Grundschule. So viele Rucksäcke hat man dabei. Ja, wirklich. Grundschule, wenn der Rucksack größer ist als das Kind. Okay, jetzt haben wir den Reward bekommen. Hast du ihn bekommen? Nee. Okay, ich habe jetzt Schuhe bekommen und wir sollen drei böse Spinnen killen. Hier drüben ist scheinbar eine. Vielleicht in dem Haus. Wir haben arschviele Level. Ja, wir können die Schuhe überboosten. Ja, ja, wir können die mega boosten. Aber wo ist hier die Spinne? Ah, hier lang, hier lang, hier lang. Ey, wir können auch, wir haben auch Jump Boost bekommen. Ist die Spinne, die ist das eine, ah, die drei Ivel. Ja. Ich dachte, das war die Corrupted Spinne oder so. Vielleicht aber das, die sehen safe anders aus. Safe. Die sehen, die sehen böse aus, glaube ich. Nee, das ist eine ganz normale Spinne. Ivel. Wie witzlos. Steht nur drüber, dass sie böse sind. Und 32 weitere, Edina. Jetzt geht es rund. Oh, oh. Oh, oh, Alter. Boah, hier sind eine Menge. Die haben Stärke, die haben Stärke-Effekt. Oh nein. Oh nein. Wir müssen Spam, wir müssen Spam, wir müssen Spam. Oh, Kacke. Ich fühle mich hier um diesen Flügel hier, Ben. Und du dich um den anderen. Okay, wir haben 22. Wir werden so ein hohes Level haben dann. So, zack, zack, zack. Okay. Ähm, nochmal. Bam, 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 bam. Ich baller mir hier die Bottles rein. Zack. 14 Spinnen noch. Okay, bei mir sind hier, ich rühre hier noch welche. Zack, noch 13. Hier müssen, glaube ich, noch welche stecken. Wobei. Nee. Zehn Stück noch. Also die können sich ja nicht jetzt irgendwo verkrochen. Ich glaube, sie sind eventuell hier. Da ist noch eine. Ich habe eine. Ich habe zwei. Zack. Ich habe auch zwei. Zack. Okay. Oh, ich habe noch richtig viele. Hier sind richtig viele gespawnt, glaube ich. Weil hier kamen hinter mir noch welche. Noch drei Spinnen, Ben. Ich habe eine. Noch zwei Spinnen, Ben. Ich habe noch eine. Ich habe auch eine noch hier. Okay, dann haben wir es jetzt. Bam. Und jetzt müssen wir die Elite-Spinne killen. Ah, das ist jetzt schon die Boss-Spinne. Oh, die ist bei mir. Die ist bei mir, Ben. Hey, du musst hier rüber. Jawohl, Ben. Scheiße. Nein, bist du in Lava gefallen? Nee, aber da war ein Jump-Run. Oh, nein. Wie komme ich jetzt da hoch? Okay, du musst, glaube ich, hier hoch. Dann kommst du hier, glaube ich, hoch. Jawohl. Hier muss sie sein, hier vor uns. Sieht auch sehr gefährlich aus. Hier ist die Elite-Spinne. Hier ist auf jeden Fall eine Elite-Kiste. Schmeckt. Oh, wir müssen hier, glaube ich, über die Lava rüber. Ja, ja, ja. Oh, ja, da ist eine fette Giga-Spinne. Geht aber, ich dachte, schlimmer. Okay, so, ich pirsch mich von hier hinten an, spring hier so rüber und dann werfe ich sie in die Lava. Das juckt die gar nicht. Ja, aber die kann gar nichts, guckst du an. Irgendeine Spinne, du bist gar nichts. Du bist Elite-Schrott. Oh, die macht schon gut Damage. Okay, wir nehmen jetzt die Kiste noch, klauen wieder Spinne und dann gehen wir zurück zum Wanderer. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ich habe 370 Level. Mani, du hast 100 mehr als ich. Gib mal was ab. Nein. Ich will upgraden. Okay, und jetzt kriegen wir noch einen Reward. Wir müssen jetzt den Corrupted Wither töten, Ben. Wow, das klingt schwer. Ja, warte, ich muss kurz hier XP sammeln. Das erst die Rüstung upgraden können. Ja, aber sowas von. Ich habe 500 Level, aber wir müssen auch ein bisschen taktieren. Wir brauchen ja auch Level, damit wir nicht drauf gehen, weißt du? Wir können auch das Trinket hier upgraden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hey, wir upgraden gemeinsam. Ich habe 130 Level. Wir haben alles gemaxed. Wir haben alles gemaxed. Okay, oh shit, jetzt haben wir aber noch 55. Oh, 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 oh. Hättest du mal mich noch was maxen lassen? Ich habe noch 200. Ja, schade. Fast zu langsam, Ben. Okay, los, auf zum Corrupted Wither. Alter, wir springen so giga hoch jetzt. Alter. Hä? Ich kann nicht mehr gerade auslaufen. Der hat einen Shields. Alter, wie soll es dir mit unserem Helm aussehen? Guck mal unseren Helm an. Alter, Schwede. Aber ich habe meine Boots. Ja, die sieht man gar nicht. Die sind unsichtbar. Okay, hier muss es sein, Benson. Sieht mir sehr boss. Warte, warte, dass ich wieder ausgesperrt werde. Nicht so vorwärts. Lass mich lieber da alleine rein. Nein, das ist nicht, dass du dann da rein müssen. Das ist voll Puff. Ja, okay, ich gucke zu. Guck die Wand an. Oder komm, ein Stückchen näher. Nicht so ganz Prime weit weg. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Weiter, 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 weiter. Oh, Ben, die Level, die sinken kann. Ja, ich habe noch eine Menge Level. Ich habe da nicht so einen Stress. Geh raus. Oh, oh, ich habe nur noch, bin instant gestorben. Ach so, weil dann XP low sind. Ja, ja. Er hat mich jetzt weggepfeffert. Okay, da ist der Corrupted Wither. Oh, oh, ich kann den Corrupted Wither noch nicht attacken. Ich muss unbedingt meinen Trinket instant nehmen. Ich drücke dir von außen die Daumen. Danke, Benson. Zack. Okay, ähm, ja, ich kann ihn schon mal hitten mit dem Bogen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh, warte, acht. So, ja, ich ziehe ihm ziemlich viel ab mit dem Bogen. Na, jetzt, ah, Moment, Moment, Moment. Jawohl, jawohl, der sieht so XP-mäßig aus, Benson. Oh, er wackelt mit dir rum. Alles ist Level. Okay. Oh, ich glaube, ich kann ihn sogar mit dem Bogen theoretisch killen, oder was? Zwei, eins. Oh, mit dem letzten Pfeil, Ben. Mit dem letzten Pfeil habe ich ihn bekommen. Okay, die XP müssen wir auf jeden Fall hier einsammeln. Weil ich muss mich ja hier wieder aufleveln nach meinem ersten Tod. Wie hast du? 206 habe ich jetzt wieder. Oh, 36. Hier ist Portal, Nina, du gehst in die falsche Richtung. Echt? Yes. Wir können ja nichts mehr upgraden, ist alles auf Maximum. Ja, im nächsten Level bekommen wir bestimmt eine Hose oder so. Na, ein Schwert irgendwann auch. Ah, das ist das nächste Level jetzt direkt. Nee, nee, ist nicht das nächste Level. Wir müssen den Wald hier mal begutachten. Tag. Sidequest. Wir müssen den Villager helfen. Bam, 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 bam. Oh, die Villager, die shaken, weil sie Angst haben. Die shaken echt. So, zack, bumm. War, war, help. Da braucht jemand unsere Hilfe da drüben. Der da, der da, der in der Ecke. Der braucht Hilfe. Zack. Hier ist noch einer, hier ist noch einer, hier ist noch einer, hier ist noch einer, im Gebüsch. Oh, im Gebüsch, im dichten Nebel gehüllt. Die sind immer noch am shaken, Elina. Oh, wir haben sie, wir haben sie. Höh, der eine soll ist ein Spin, der hat sich in den Spinnen verwandelt. Höh. Oh nein, sie wurden gebissen von den ekligen Zombies. Wir müssen uns bedanken bei denen, also nächstlich so sagen, hey, ist alles in Ordnung. Ach so, ach so. Wie ist hier? Hilflose Villager 5? Nee, die Schuhe sind zu gut, ne, ist schon nervig. My Levels, you saved them. Okay, nur noch zwei hilflose Villager. Hier ist noch eine. Zack. Und hier ist noch einer, hinter dem Gebüsch wieder. Zack. Okay, jetzt haben wir alle Villager gesaved, die aus dem Dorf. Bam. Zack, zack. Jetzt kann ich mich wieder aufleveln und ich hab wieder, boah, 411 Level. Okay, Ben. Hier geht's jetzt runter zu einer Unterweltfestung. Die sehen ja anders fresh aus. Drei XP-Bottles haben die hier. Okay. Und jetzt müssen wir mit dem XP-Village-Leader reden. Das sieht aus wie das Dorf. Oh, wir haben Waffen bekommen. XP-Netherite-Schwerter. Ben, du siehst ja anders stark aus. Ja, Mann. Wir sind richtige XP-Krieger. Ich hab sogar Doppelschwerter bekommen. Kann ich Doppelschwert machen hier. Was will der hier? Der ist irgendwie ein Mienarbeiter. Soll mal helfen. XP-Dripstone. Was ist denn XP-Dripstone? Ich glaub, warte, warte, warte. Ich weiß, was das ist. Die Dinger hier. Die Dinger sind das hier. Jetzt haben wir auch eine XP-Spitzhacke, wie Ben schon gesagt hat. Das müssen wir jetzt alles hier abbauen, um den Villager hier zu helfen. Dadurch gainen wir auch nochmal extra XP. Und jetzt brauchen wir nur noch 43 Dripstone. Also, wir können das Schwert updaten? Zack. Ja, safe. Man konnte so viel updaten. Das war viel mehr als nur eine Rüstung. Okay, irgendwie baue ich kein XP-Dripstone mehr ab. Bei mir bleibt es bei 43, obwohl ich was abbaue, Ben. Bei mir auch. Brauchen wir die Level vielleicht? Alter, Elina, ich habe 600 Level. Der Dripstone knallt übel rein. Ja, ja, ja. Aber, aber, aber. Was? Die Dripstone. Was, wenn du raufjoinst und sie auch annimmst? War das so ein Dialog? Ja, du musst Accept immer drücken. Nee, schlecht gemacht. Aber das hat ja, das hat ja gezählt am Anfang. Vielleicht baue ich auch das Falsche ab. Ah, ja, hier. Ah, wir müssen, glaube ich, in die Mine hier dafür gehen. Ja, Ben. Ja, wir dürfen nicht das im Dings abbauen. Ich habe 600 Level. Oh, Mist. Ich habe hier aber nicht mehr in der Mine. Ach, da oben, da oben noch. Das ist gefährlich, Leute, das ist gefährlich. 13, 11. 2 noch. Da ist noch einer. Einer? Warum haben wir denn anübersehen? Hier, hier, hier. Hier ist einer in der Luft. Bam. Okay, und jetzt müssen wir Creeper killen. Hier sind irgendwo Creeper, oder? Hier sind sie, Ben. Baby Creeper. Baby Goblin Creeper. XP Creeper. Ja, XP Creeper. Aber sie sind so klein. Aber die sind aber auch total easy. Die explodieren ja noch nicht mal. Vielen Dank, dass du mich immer schlägst. Komm, Blöme, Elina, mache ich immer gerne. Okay, ein Creeper noch. Da hast du ihn. Und jetzt können wir wieder eine Belohnung abholen. Ich glaube, das ist eine Hose. Okay, wir müssen jetzt wieder uns Villager angucken. Die brauchen, glaube ich, immer noch Hilfe. Also gibt es noch keinen Reward hier. Schade. Die Arbeit war umsonst, Ben. Der hat uns nicht bezahlt. Das kommt ja betrogen. Okay, XP fischen. Da müssen wir safe zu dem hier. Bam. Ansprechen. Let's go. Ich will fischen. Boah, guck mal seinen stabilen Bart an, ey. Jun, okay, wir müssen besondere Sachen angeln. Warum kommt bei dir alles? Ey, bei dir kommt auch was. Nein. Ach so, doch. Doch, klar. Und. Zack. Geangelt. Das ist ein XP-Fisch. Wie geil. Angler Glück. Okay, letzter. Hast du? Nee, hast du nicht. Ich hab, ich hab. Ich hab eigentlich schon, aber. Ja, eigentlich schon. Okay. Zack. Oh Mann. Müssen immer noch den Leuten hier helfen im Dorf. Ich will jetzt mal so langsam mal unseren Reward hier sehen. Ich hab 600 Level, die will ich mal ein Schwert packen. Das wird hier safe der Farmer oder so sein von dem Dorf. Ja, ist auch. Ey, der ist unsichtbar. Was? Nee, nee, nee. Der steckt hier weiter hinten. Hm. Okay, das hat irgendwas mit Büchern hier zu tun. Die Pool Springs. Wir müssen vier Pools finden. Also, da haben wir Nummer eins. Nummer zwei war, glaube ich... Warte, ich geh mal hier runter. Komm, wir teilen uns auf, dann geht das schneller. Nummer zwei war safe in der Mine. Hier hab ich einen zweiten gefunden. In der Mine? In der Anfangsmine? Ja, aber warte, hast du schon einen weiteren Pool gefunden? Nö. Weil ich hab, glaube ich, einen gefunden. Weil davor waren es doch fünf, oder? Nee. Hier, oder? Ja, ich glaube, du hast recht. Meinst du, sind noch weiter hinten welche? Also, da, wie wir begonnen haben? Also, ich glaube, ich sehe... Ja, ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen. Zack. Nummer zwei hab ich jetzt. Ja, genau, genau, genau. Weil die, ähm, Ausrufezeichen, die zeigen, wo wir hinmüssen. Ah, ich bin in der Mine bei einem. Aber ich weiß nicht, ob wir vielleicht später erst zu dem müssen, oder ob der nicht zählt. Ja, also, ich glaube, die zählen nur, wenn man so einen Kreis gemacht hat. Da ist so ein Kreis innen drin, in den Pools. Hat der nicht. Aber gute Erinnerung, dass du noch wusstest, dass es hier sowas gibt, ey. Ja, ja. Aber ich warte jetzt hier, ne, vielleicht aktiviert der sich ja noch. Ah, ich glaube, ich bin noch einmal auf der Spur gerade. Ja, ja, hier unten ist nämlich noch so eine Gigamine. Jawohl, hab den nächsten gefunden. Und der nächste ist noch weiter unten. Alter, ist das Dorf unterirdisch riesig. Also, überirdisch riesig. Also, wisst ihr schon, was ich meine. Okay, den letzten Pool haben wir gefunden. Oh, nein. Mini-Creeper sind hier wieder auf ihrem Weg. Ich komme. Bin der Höhle hier sinnlos am Umstehen. Greifen die XP-Pools an, steht da. Oh, shit. Bist du in so einen Amethyst-Gang gegangen oder in so einen... Nee, ich war es bei Pool 1 und Pool 2 und hier ist keine Sau. Hier ist ein Amethyst-Gang. Oh, nee, doch nicht. Ah, doch, doch, ich hab sie hier. Alle auf einen Haufen, Elina. Schön am XP-Clown sind die Fettsäcke. So, warte, jetzt wieder von der Aufnahme. Oh, die sind alle bei Ben unten. Ben hat sie gefunden. Noch sieben, sechs. Ah, egal. Ich drehe mich gar nicht mehr um, Ben. Du schaffst das schon. Mach das, Elina, ich schaff das. Ich bin tot. Warnwitz. Oh, Gott. Noch zwei Stück, Ben. Einer noch. War gut, ne? Problem. Wo ist der eine? Ah, da, ich hab ihn erst ausgewüxt. Ich bin hier bei dem Farmer schon, um direkt den Reward hier zu holen. Komm ran, ey. Zack. Okay, Ben, ich hab's direkt. Ist das eine Hose? Ne, geiler. Ja, es ist die Brustplatte, es ist die Brustplatte. Alter, aber zieh die mal an. Das sieht schon Dooley-mäßig aus. Dooley? Hä? Sieht doch schon cool aus, oder? Ich glaub, weil wir das andere gemaxt haben, sieht jetzt nur ein bisschen komischer aus. Ah ja, lass mal die Brustplatte gemaxen. Wieso sieht das aus? Brustplatte, als erstes müssen wir hier mit der XP-Villager-Frau hier reden. Was? Babys left? Was muss ich mit den Babys machen? Ben, wir müssen was mit Babys machen? Babys finden. Babys finden, ich hab schon eins. Mann, die darf ich mal maxen jetzt. Ne, jetzt noch nicht. Erst mal die Babys finden. Eins nach dem anderem. Boah, da kommen voll die Psychos-Hounds, wenn man die findet, so Baby-horrormäßig. Ihhh. Ne. Können die noch nicht mal hier auf ihre Babys hier aufpassen. Hab eins, hab eins. Oh, meins war jetzt nicht so schlimm. Mir wird das angezeigt, aber wie komm ich da hin? Ich glaub, du musst nach unten, aber ich glaub, ich bin unten, deswegen sollte das eventuell passen. Hier hab ich noch eins. Habs, Habs, Ben, Habs. Ich hol Belohnung ab. Warte, 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 warte. Wir haben irgendwas, was haben wir bekommen, Ben? Ein Superbait auf unserer Angel. Das ist eine Köder-3-Verzauberung. So, wir müssen jetzt mit den XP-Villager-Leader hier sprechen. Okay, wir haben alle Babys bekommen. Das heißt, wir bekommen jetzt die Hose. Und jetzt graden wir alles auf Max, 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 Max. Da hast du kein Gelb mehr. Nee. Hä? Du auch nicht. Jawohl, abgeradet hab ich da. Doch, hä, ist riesig geworden, das ist schwer. Guck mal. Oder war das dann aber ganz so riesig? Ich bin mir grad nicht sicher. Ich auch nicht. Womit ich mir aber sicher bin, ist, dass das Video heute jetzt vorbeigeht, Leute. Lass ein Like und ein Abo da. Haut da rein, Leute. Tschüssi. Frags sind am Stahl und alle gehen an. Es geht ab, 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 ab. Ja, die Frags sind am Stahl und alle gehen an. Also jump, jump, jump. Frags sind am Stahl und alle gehen an. Es geht ab, ab, ab.